Sanremo ist ein italienischer Kurort mit 54.807 Einwohnern an der Riviera di Ponente in Ligurien. Die Stadt ist etwa 20 Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Allgemeines. Sanremo liegt im Zentrum einer weiten Bucht zwischen dem Capo Nero und dem Capo Verde und hat im Winter wegen der geschützten Lage der nahen Berge. Der bis ans Meer vorstoßenden Seelpen ein gleichmäßig mildes Klima. Im Sommer ist es ein beliebter Badeort. Besonders bekannt ist die Casbah von Sanremo, ein orientalisch an Mutendes, sehr verwinkeltes Gewirr von Durchgängen und Gassen in der Altstadt. Der sogenannten Lapigna, weithin bekannt ist auch die Spielbank. Sanremo, Hauptort an der Riviera di Fiori, ist wegen der Zucht von Nelten und Rosen und des Blumenmarktes sehr bekannt. Sanremo wird nicht umsonst die Blumenstadt genannt. Verdankt ist doch der Blumen- und Pflanzenzucht einen Großteil seines wirtschaftlichen Wohlstandes. Der Wirtschaftszweig Pflanzenzucht zählt etwa 200 Betriebe und zahlreiche Exportfirmen. Sanremo ist auch der Ort für das seit 1951 jährlich Ende Februar oder Anfang März ausgetragene italienische Sanremo Musikfestival. Sportfans ist Sanremo zudem als Ziel des klassischen Radrennens Mailand Sanremo ein fester Begriff. Außerdem werden internationale Autoralis und zu Ostern die alljährliche Segelregatta ausgetragen. 1955 bis 1966 gab es das Festival Internationale del Jazz di Sanremo. Darüber hinaus ist in Sanremo das Internationale Institut für Humanitäres Recht ansässig. Dabei handelt es sich um eine seit 1970 bestehende unabhängige Einrichtung, die sich der Entwicklung und Verbreitung des humanitären Völkerrechts und Verwandterrechtsbereiche widmet. In und um Sanremo betreibt die Verkehrsgesellschaft Riviera Transporti außerdem den Oberleitungsbusch Sanremo. Die Stadt gehört zu den kleinsten italienischen Städten mit einem Oberleitungsbusch-System. Alfred Nobel lebte und verstarb in Sanremo. Die Villa Nobel liegt im östlichen Villenviertel und diente Alfred Nobel auch zu zahlreichen Experimenten. Punkt, 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 Geschichte Im Mittelalter entstand auf einem Hügel der älteste Stadtteil, die Piedna, dessen Häuser zur gemeinsamen Verteidigung gegen muslimische Piraten übereinander gebaut wurden, mit steilen Straßen, überdeckten Durchgängen und vielen kleinen Plätzen. In der Villa Palma, der Hauptstraße der Piedna, befindet sich das kleine Palais Casa Manara, wo 1538 Papst Paul III. auf seiner Reise nach Nizza übernachtete. Weiter unten in der Via Monta Nr. 18 hielt sich 1794 Napoleon auf. Der Schriftsteller Giovanni Domenico Ruffini ließ um 1855 einen seiner Romane in Sanremo spielen und so kamen die ersten Gäste, um die Wintermonate im milden Klima der Riviera-Küste zu verbringen. Dies war der Beginn des rasanten Aufstiegs von Sanremo zu einem Kurort der Belle Epoque. In wenigen Jahren wurde aus dem früheren Fischerort ein elegantes Touristenzentrum, dessen Ruf um die Welt eilte. Bis 1900 entstanden 25 Hotels und annähernd 200 Villen. Darunter auch die Villa Noster, die von einem der damals bedeutendsten deutschen Kunstsammler und Metzen, Adolf Thiem, 1880 erworben und neogotisch umgebaut wurde, wurde das Grand Hotel Londra erbaut. Berühmte Kurgäste waren Elisabeth von Österreich, Ungarn, Kaiser Friedrich III. und die russische Zarin Maria Alexandrauner. Das moderne Stadtzentrum entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nachdem Sanremo auch von adeligen und reichen Müßiggängern entdeckt worden war. 1905 wurde das Spielcasino, sicher das bekannteste Bauwerk der Stadt, errichtet. 1920 war die Stadttagungsort der Konferenz von Sanremo, auf der die alliierten Siegermächte absprachen über die Aufteilung des im Ersten Weltkrieg besiegten Osmanischen Reiches trafen. Von 1922 bis 1924 war Sanremo das Exil des letzten Sultans des Osmanischen Reiches, Mehmet VI. Wadetten Einwohnerentwicklung Städte Partnerschaften Sanremo ist partnerschaftlich verbunden mit Atami, Japan, seit 1976. Helsingor, Dänemark Karlskoga, Schweden, Söhne und Töchter der Stadt Giovanni Girolamo Zachari, Jesuit, Philosoph, Theologe und Mathematiker Michael Anthony Anfossi, Carmelit Bischof und apostolischer Vicar von Mangalore, Indien Angelo Iachino, Admiral Mario Bava, Filmregisseur, Kameramann und Drehbuchautor Fabio Fognini, Tennisspieler Stefano Sturaro, Fußballspieler Literarische Bearbeitung Einer der bekanntesten Morde der modernen Literatur geschieht in Sanremo. Tom Ripley, Hauptfigur des Romans, der talentierte im R. Ripley von Patricia Highsmith, ermordet dort seinen Gastgeber auf einem Boot.